Geh ich jetzt falsch rum? Ich bin falsch rumgegangen. Hier ist der Native Pillar. Hier ist der Native Pillar. hierdurch sind wir ich denke die ganze zeit da war das ist eine kammer mit mit stein am ende aber nein das ist der eingang nur nicht sehr eingang gleich gezeichnet sie hätten so einen eingang aufs schiff gehabt mhm mhm prisoners of war oh F***, was? Ready to fly! Tackie's on the way! Speed! Start those days! Fire! Fire! A trip to... Fire! 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 Hold to board! Fire! 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 Ich glaube geradeaus ist einfacher. Einer noch. Naja, keiner mehr. Das ist nur noch die Frage. Lass mich mal kurz einen Moment. Naja, jetzt braucht er erstmal einen Moment, um sich wieder nachzuladen. Und die französische Flagge ist ab. Wunderbar, und das geht auch an unsere Flotte. Und weil Geld spielt jetzt absolut keine Rolle mehr. Selbst mit allen Materialien. Ja. 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 Zersenkt! 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 Hey! Natürlich ungünstig mit der Welle hier. Das war ein Double. Okay, das ist die einfache Variante. Geht auch zur Flotte. Ich will die großen ja nicht zum Reparieren benutzen. Und da, ja. 120 Metall, das ist hilfreich. Das ist hilfreich. Das ist hilfreich. Hm. auch hier habe ich schon sie hin aber ich wohl die luke mit einem doppelten aufstieg verpasst erwischt jetzt können wir mal Repair den hat Metall fünf, das könnte ich bald mit einer Pistole erledigen man muss nur eine Linie durchziehen, das ist alles nur eine Linie und dann erwischt man schon fünf ich glaube noch mal Reparieren ist einfach ein Grund wir haben Wanted Level Stufe 2 das sind schon ein paar gute Schiffe die da kommen werden wenn ich jetzt noch ein Schiff oder mehrere Schiffe erwischen würde dann könnte ich tatsächlich noch ein höheres Level haben dann kommt noch eins, wenn wir es auch so viel Spärzeln ok vielleicht sollte ich doch zielen und man tötet sich nicht ganz so ohne Aufwand hm hm einen noch warum soll ich nicht den Kopf treffen das war besser hey victory ja das interessiert mich eigentlich nicht wirklich ok da vorne ist ein 80 Metall ja 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 die hat aber nicht sehr viel Leben das ging schnell ja 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 oder nämlich es ich hatte den einen habe ich mir durch den Boden erwischt quasi Wo ist er? Was ist denn ein Drecksau? Er versteckt sich. Er versteckt sich. Ich meine, ich verliere Leute in der Zwischenzeit. Dammit, hätte ich das gewusst. Vielleicht hätte ich den am Anfang... Naja, wer weiß. Wer weiß. Die hatte nicht so viel Leben, also kann die auch gar nicht so gut sein. Oh, das kleine Schiff ist direkt gesunken. Oh, Boarding. Mit voller Fahrt dran vorbei gedonnert. Jetzt fangen wir an beim Boarding. Ah, komm, runter da. Na, komm her, Captain. Doppelter Schultertreffer. Au. Okay. Doppelter Schultertreffer. Das tut schon mit Klopfen. Was soll ich damit? Ich meine, ich bin in der Zwischenzeit. Geld ist Geld, ha? Mit dem, was wir haben, können wir das Land verbessern, Captain. Fynn! 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 Okay. Na komm. Das war ein Dubbo. Das war auch ein Dubbo. Da hat man es schlecht gesehen, aber der eine ist dahinter gelaufen und ist nicht auf der anderen Seite. Der will wieder raus. Also. Klaus. So viel Klaus. Servus. Na. Geh mir ein wenig Fahrrad. Stunt out. Let's get moving. Können wir uns auch noch drum kümmern? Werden. ml u . Zu empата. Kain tut. Gap. Gap. Glückwunsch. Gap. 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 Warnung, Restricted Area. Oh, sind wir da auch wieder. Einfach mal mit dem Winkel einfach Winkel groß gemacht und alles hier trocken, was sich bewegt hat. Servage. Mehr Kohle für die Bank. Mhm. That's their weak spot. Take the shotgun. That's got them. They are foundering. A good shot, a finisher. Fire. Time to bleed. Slow them down with explosive shot. Fire. 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 Mein Englisches Schiff. Sie sind auf mein Englisches Schiff. Hm. Ah, ich hätte Brace gehen sollen, aber... Äh, 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 äh. Kannst du... Angreifen. Okay. Naja. Der Rauchbombo hat gut geholfen. Haben uns gerammt. Die haben uns gerammt. Aber die müssten eigentlich ganz okay sein. Die Schiffel... Weil theoretisch müssten sie ja besser sein als das, wohin sie her sind. Von daher... Naja... Ah ja, nur... Jetzt! Wir haben einen Kapitän! Feuer! Hör! 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 Oh, was! Hör! Naja... Hör! 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 fehler da rein zu fahren keiner hat sich gezwungen und ich habe auch nur die eine sache da das war ich nicht mehr kann konnte man nur vier oder drei oder kommt man auch hier von denen wir haben leute level 2 irgendwas kann ja nicht ganz stimmen der hat irgendwie sein gewehr da in die luft gehängt siemens lufthaken seiten das ist dann irgendwas so ein einfacher kleine Scharlippe da zu treffen. So. Ich bin jetzt gerade mal auf Reaching 1 Level 2. Stimmt doch gar nicht. Ich habe 3 erreicht. Die Bank ist voll mit 60.000. Ah. Ah. Wow. Ach, das war eine... äh... Breaker Wave oder wie? Ich kann mich schimpfen. Jetzt haben wir endlich Wanted Level 3. Hm. Oh, jetzt habe ich sie ja noch gestrahlt. Lein gelassen. Ah, das geht jetzt nicht. Ah, das geht jetzt. Hm. Hm. Ich weiß gar nicht, wo sind die Piratenjäger? Irgendwie müssen die doch mal... Irgendwann müssen die doch erstmal ihre guten Schiffe hier anbringen. Aber... Ah. Hm. Na gut, irgendwo waren das 10 am Ende. Von daher Ziel erreicht, will ich mal behaupten. Hm. Einfach savage. Was? 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 Was?